Ob er mit diesen Aussagen seinen zweifelhaften Ruf am britischen Königshaus verbessern kann? Wohlkommen! Thomas Markle, 73, hat sich an einem Gespräch mit dem US-Promiportal, TMZ, ziemlich abfällig über Queen Elizabeth II. 92, geäußert. Stein des Anstoßes ist die noch immer nicht erfolgte Einladung, um den Vater von Nazogin Mekhan, 36, offiziell in die royale Familie einzuführen und damit überhaupt erst einmal kennenzulernen. Besonders wütend macht er ihn, dass US-Präsident Donald Trump, 72, hingegen im nächsten Monat ein Treffen mit der Queen gewährt wurde. Der 72-Jährige wird die Königin von England am 13. Juli im Rahmen eines Arbeitsbesuchs treffen. Wörtlich sagte der in Mexiko lebende US-Amerikaner, wenn die Queen unseren arroganten und unsensiblen Präsidenten treffen wird, hat sie keine Ausreden mehr, sich nicht auch mit mir zu treffen. Ich bin nicht annähernd so schlimm. Aussagen, die sein Verhältnis zum Königshaus nur weiter belasten. Zuletzt hatte er mit einem fragwürdigen Interview im britischen Morgenmagazin für Schlagzeilen gesorgt. In diesem Interview trat er in ein ziemlich großes Fettnäpfchen. Er berichtete dort recht rätselig von einem Telefonat mit seinem Schwiegersohn, Prinz Harry, 33. Der habe mit ihm angeblich auch über den Brexit und Donald Trump gesprochen. Demnach sei der Royal der Meinung, dass man sich sowohl Trump als auch dem Brexit gegenüber öffnen sollte. Letzteres sei ein Experiment. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017